RPG Maker MZ. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und der neue RPG Maker heißt MZ. Hm, man kann gespannt sein, wofür MZ jetzt steht, aber ich denke mal, das spielt eigentlich für uns keine Rolle. Ich werde jetzt ein paar Infos mit euch teilen und damit fangen wir jetzt auch gleich an. Es gibt ein paar Screenshots, wir fangen gleich mit dem ersten an. Ach, bevor ich es vergesse, es gab vorhin ein paar Soundprobleme, also falls ihr vorhin das Video ohne Sound gesehen habt, was ich vor, naja, sagen wir mal, einer Viertelstunde hochgeladen hatte, es tut mir leid. Okay, jetzt kommen wir zu dem neuen Video mit Sound und ohne Soundprobleme. So, wir haben hier auf jeden Fall die Oberfläche des RPG Makers. Mit dem Vergleich zum MV hat sich im Grunde nicht viel geändert. Eigentlich, hm, gar nichts. Die Buttons sind jetzt blau, hm, ja, ich finde die grünen ein bisschen schicker, aber das ist eigentlich Geschmackssache. Und ansonsten hat sich eigentlich wirklich gar nichts geändert. Es sind exakt dieselben Buttons, wie ihr hier seht. Also es sind wirklich genau die gleichen, also man kann die direkt runterlegen, es sind genau die gleichen an der gleichen Stelle. Das Einzige, hier ist jetzt eine Trennwand, die macht irgendwo auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt, aber brauchen tut man die jetzt nicht unbedingt. So, was mir dann aber aufgefallen ist, und das ist mir wirklich erst, da musste ich tatsächlich zählen, weil ich kein Japanisch kann. Ich habe hier tatsächlich mal durchgezählt, ob das auch die gleiche Anzahl an Wörtern ist. Und ich kam auf 9 Stück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hm, wir haben also mindestens eine Option mehr, wenn nicht eine gestrichen wurde. Und genau diese Option habe ich dann gesucht per Google-Übersetzer, habe ich mir das dann übersetzen lassen. Ja, machen wir jetzt nicht nochmal. Machen wir nicht nochmal, hat sich erledigt. Wir können es jetzt quasi direkt auflösen. Das ganze Wort hier heißt Layer. Also Schichten auf Deutsch oder Ebenen, je nachdem, wie man es möchte. Ich glaube, Schichten hatte Google-Übersetzer ausgespuckt. Und im Englischen dann, aufs Englisch übersetzt war es dann Layer. Und das ist wiederum ziemlich cool, weil viele, mich eingeschlossen, wünschen sich ja zurück vom ABG-Mega XP die freie Layer-Wahl. Und es wäre ja möglich in der Theorie, dass sich da drunter die freie Layer-Wahl verbirgt, ein bisschen versteckt. Sie haben sicherlich den Hinweis nicht umsonst dort platziert, denke ich mal. Sonst hätten sie es wie hier mit dem Tileset einfach komplett ausgeblendet. Warum auch immer die das Tileset ausgeblendet haben. Wahrscheinlich, weil sie noch nicht viel verraten wollten, wie die Maps aussehen werden. Deswegen ist hier auch nur eine Wiese auf dem Screenshot. So könnte ich mir das jetzt vorstellen, dass sie das erst nächste Woche vielleicht ankündigen wollen oder zeigen wollen, wie die Maps dann aussehen. Gut, zurück zu den Layern. Wie stelle ich mir das Ganze vor? Ich stelle mir das Ganze ungefähr so vor. Entweder ist es hier wie bei Modus, dass man quasi zwei Optionen hat. freie Layer-Wahl an oder aus, beziehungsweise Layer-Wahl automatisch oder manuell. Und dann setzt man einfach den Haken. So wie hier. Und dann werden hier vielleicht neue Buttons erscheinen. Keine Ahnung, ob die das so gemacht haben mit den Layern, wenn man auf manuell stellt. Was ich mir auch vorstellen könnte, was aber dann wiederum ein bisschen umständlicher wäre, wenn hier oben Automatik ist und dann darunter die vier Layer sind, die man dann manuell wählen kann. Wäre ein bisschen umständlich, weil man jedes Mal, jetzt möchte ich Layer 1, mal, mal, mal. Jetzt möchte ich Layer 2. Und dann müsste man jedes Mal in dieses Menü gehen. Was dann wiederum möglich wäre, wären dann Hotkeys, vielleicht über die Zahlentasten 1 bis 4 oder so. Oder, was ich mir dann auch noch vorstellen könnte, wäre eine Kombination aus den beiden Systemen quasi, dass hier oben dann Automatik steht, hier die Ebenen 1 bis 4. Und wenn man auf eine davon drauf drückt, erscheinen dann hier automatisch auch die Buttons dafür. Wäre möglich, ist nur Spekulation. Wofür das am Ende wirklich ist, ist sowieso fraglich. Aber wird sich zeigen. Wir springen auf jeden Fall noch nicht zum nächsten Screenshot. Entschuldigung, ich habe noch eins vergessen. Eine Sache. Da ist natürlich noch das Manikiken drauf. Dort ein Manikiken. Ja, hat sich nicht viel getan, wie ihr seht. Kann ich da nochmal reinzoomen jetzt? Ja, super, wunderbar. Sieht im Grunde ziemlich genau gleich aus. Also da hat sich nicht wirklich viel getan. Gefühlt ist der Kopf sogar noch größer. Aber vielleicht habe ich auch einfach zu weit reingezoomt ein bisschen. Vielleicht ist es jetzt besser. Ja, hat sich jetzt nicht... Ja, jetzt kommt die Zoomstufe schon eher hin. Ups, jetzt sind sie ungefähr gleich groß. Ja, ja. So. Ungefähr. Ja. Schieben wir es mal ein bisschen runter. So, das was wir ungefähr auf gleicher Höhe haben. Kannst du vielleicht noch ein bisschen näher schieben. Na, ist egal. Ja, hat sich wirklich nicht viel getan, wie ihr seht. Ja, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ob einem der Stil gefällt oder nicht. Es dürfte eigentlich so ziemlich der gleiche Stil sein. Ich habe jetzt natürlich jetzt hier in dem Bild ein bisschen extrem reingezoomt. Und dadurch ist die Qualität natürlich ein bisschen schlecht. Man kann halt nicht einfach in der JPEG einfach sinnlos reinzoomen. Aber, hm, leicht überarbeitet. Die Haare sehen ein bisschen anders aus. Vielleicht nicht so extrem Anime-lastig wie hier. Aber, ja, ich mag den Stil im Allgemeinen nicht. Wisst ihr ja, muss ich ja nichts weiter dazu sagen. Gut, kommen wir zum nächsten Screenshot. Da sieht man dann tatsächlich mal eine Map, mehr oder minder. Und ein bisschen Mapping habe ich auch hier vorbereitet. Dammit. Habe ich hier auch vorbereitet. In der MV sieht man, ähm, ich kann auch ein bisschen Wasser machen, wenn ihr wollt. So, zack. Ein bisschen Wasser. Können wir das auch vergleichen. Dass sich da ein bisschen was getan hat. Die Farben sind definitiv kräftiger. Und die Kontraste sind, ähm, erhöht. Auf jeden Fall. Was da natürlich auch die kräftigen Farben, äh, als Resultat hat. Ähm, und die Objekte, zumindest wirkt es jetzt erstmal so, als kann es auch täuschen. Ähm, wirken jetzt ein bisschen kleiner, habe ich den Eindruck. Aber wie gesagt, es kann auch täuschen, weil es einfach sein kann, dass das Bild jetzt vielleicht, ähm, falsch skaliert ist. Aber hier wirken die Bäume ein Stück größer als hier. Habe ich den Eindruck. Aber kann auch täuschen. Und hier wirken auch die Felsen ein Stück größer als hier. Aber wie gesagt, kann, kann auch täuschen. Ähm, kann auch an der Summstufe liegen. Auf jeden Fall sieht man hier richtig deutlichen Wellenmuster. Was mir aber gar nicht gefällt. Aber das sieht dann bewegt sicherlich anders aus. Ähm, dass sich hier das so extrem wiederholt. Und auch so offensichtlich wiederholt. Ich finde, man sieht hier richtig dieses Kacheldesign. Hier sieht man richtig eine deutliche Linie. Ich glaube, ihr könnt das gut erkennen. Und das sieht man hier so nicht so deutlich. Das finde ich nicht so schön. Also, guckt nochmal genau hin. Ähm, ihr könnt das auf jeden Fall auch sehen, dass hier eine deutliche Linie zu erkennen ist. Und das ist ja im Grunde alle 48 Pixel. Und das ist hier nicht zu erkennen. Das finde ich ein bisschen unschön. Hm. Ja, gefällt mir nicht. Aber wird bewegt sicherlich viel besser aussehen. Also, ich denke mal, das ist jetzt im Standbild. Und das kann man nicht vergleichen. So, kommen wir zum nächsten Scoop. Ach, nein. Stopp. Genau. Äh, eins habe ich noch vergessen. Ähm, die ganze... Ähm, das ganze Teilset hier von der Vault Map auf dem A-Layer sieht vom Prinzip her exakt gleich aus. Ein paar Sachen sind halt ein bisschen vertauscht vielleicht. Hier die Felsen... Ups. So, die Felsen hier sind vertauscht. Hier und hier die Felsen sind vertauscht. Und alles sieht halt ein bisschen anders aus. Die Farben sind viel kräftiger. Oder nochmal ein bisschen kräftiger halt. Ähm, hm. Kann man sehen, wie man will. Ich finde das vom MV tatsächlich besser. Aber, das sage ich jetzt an dieser Stelle gleich. Ihr könnt auch die MV-Grafiken verwenden in der Theorie. Ähm, ob das in der Praxis dann sinnvoll ist, sei dahingestellt. Aber in der Theorie könnt ihr auch die MV-Grafiken verwenden, wenn euch die besser gefallen. Das hier sind auch jeweils 48x48 Pixel. Die Maße sind exakt die gleichen. Also, daran ändert sich nichts. Theoretisch könnt ihr die MV-Grafiken verwenden. Oder alle Grafiken, die für den MV erstellt wurden, die es im Internet gibt. Die könnt ihr alle verwenden. In der Theorie. Ähm, das, ähm, eigenes Fenster hat sich... Eigentlich gar nicht verändert. Also, ich habe keine einzige Änderung erkannt. Ich habe das komplett angeguckt. Verglichen. Habe jetzt nichts übersetzt mit einem Google-Übersetzer. Und, wie gesagt, selber kann ich kein Englisch. Aber, ach, Englisch. Ähm, auch manchmal nicht. Aber, selber kann ich kein Japanisch. Und dementsprechend... Ja, konnte ich jetzt nichts lesen. Aber die Buttons sind exakt gleich angeordnet. Und alles. Hat sich nichts geändert. Next. Ähm, hier seht ihr nochmal eine neue Map. Oder nochmal dieselbe Map, nur einen anderen Ausschnitt. Aber es ist, glaube ich, eine neue, oder? Ja, genau. Hier ist es die Map. Und da ist es dann die Map. Ähm, also eine neue Map. Ja, könnt ihr nochmal das Wüstendesign quasi sehen. Und hier habt ihr dann, ähm, das Sound-Auswahl-Menü. Ja, hm, auch nichts Besonderes, finde ich jetzt persönlich. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt, hm, gar kann ich jetzt nichts mit anfangen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich sehe da jetzt nicht unbedingt, ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext das jetzt dort überhaupt zu sehen ist. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur hier der Button. Genau, mehr ist es nicht. Einfach nur Soundtest. Mehr wird es nicht sein. Genau. Alles klar. Gut, haben wir das auch erklärt. Ist nur der Soundtest-Button. Und das sieht eigentlich genau gleich aus. Macht auch keinen Sinn für uns darüber zu reden. Wir wollen uns hier noch nicht mit sowas aufhängen. So, ähm, hier sieht man eigentlich im Grunde nur, ähm, was, das einzig Sinnvolle, was man hier sieht, ist das Textfeld. So werden scheinbar die Textfelder aussehen. Aber, ähm, auch da sage ich, jeder kann sich, denke ich, mal ein eigenes Textfeld zusammenfrickeln oder eins aus dem Internet verwenden. Ähm, da seid ihr nicht drauf angewiesen. Also, wenn euch, ups, da bin ich aus dem Mikro gestoßen, beziehungsweise gegen den Mikroarm. Entschuldigung, ich hoffe, das hat man jetzt nicht so laut gehört. Ähm, und, wenn euch das jetzt nicht gefällt, das Design, ich finde das vom MV auch ein bisschen schöner. Hm, ja, sei es drum. Sei dahingestellt. Ist egal. Denkt nicht drüber nach. Ihr könnt auch das vom MV sicherlich irgendwie rüber kopieren. Das wird auch sicherlich möglich sein. Oder vielleicht gefällt euch das Blaue hier auch ein bisschen mehr als das, ähm, schwarz-weiße. Also mit dem weißen Rahmen. Mir gefällt das mit dem weißen Rahmen eigentlich ein bisschen mehr. Gut, kommen wir weiter zum Steam. Tatsächlich gibt es auch schöne Infos auf Steam. Hier die Screenshots sind übrigens auch aus Steam. Wie ihr hier oben auch an dem Steam-Symbol erkennen könnt. Ähm, also die sind eins zu eins dieselben Screenshots. So, kommen wir zum RPG Maker MZ auf Steam. Veröffentlichungsdatum ist 2020. Ich weiß nicht, ob ich es bereits gesagt habe. Es ist Summer, also Sommer. Ähm, wenn nicht, habe ich es jetzt gesagt. Und wir kommen mal zu den ganzen Infos, die es hier gibt. Es ist nicht viel Info, aber viel Text. Und deswegen habe ich euch das Wichtigste mal rausgesucht. Und ich denke mal, das ist für euch dann doch ganz schön entscheidend, dass ich für euch das Wichtigste rausgesucht habe. Ähm, beziehungsweise ich habe euch, ich werde euch das jetzt mal kurz alles zeigen, was ich so als wichtig empfinde. Und dann kurz was drüber sagen. Ja, gut, das hat man erwartet. Ich glaube, dass die alten Ressourcen verwendet werden, damit hat niemand gerechnet. Ähm, weil gerade die Ressourcen sind eigentlich das Wertvollste, finde ich persönlich, am RPG Maker überhaupt. So, ähm, Charaktererstellung. RPG Maker MZ kommt mit noch umfangreicheren Funktionen zur Charaktererstellung. Das heißt dann wohl, dass ihr einen besseren Charakter-Editor bekommt. Und das wäre doch schon mal gar nicht mal verkehrt. Ich denke mal, ähm, das haben sich auch einige von meinen Zuschauern gewünscht, dass da ein paar Verbesserungen für den Charakter-Editor kommen. Super, kommt, tatsächlich. Ist doch schon mal nicht schlecht, inwieweit, inwieweit die das dann tatsächlich überarbeitet haben. Hm, ja, wird man dann sehen. Kann man jetzt nur spekulieren. Sicherlich haben die nicht so viel gemacht. Ähm, enthält eine Fülle von Elementen. RPG Maker MZ versorgt dich mit der umfangreichsten Sammlung von Elementen in der Geschichte der ganzen Reihe. Ähm, das heißt, auf gut Deutsch, wir haben die meisten Bausteine zur Kartenerstellung bis hin zu Ressourcen zur Charaktererstellung etc. pp. Ähm, haben wir auf jeden Fall die umfangreichste Sammlung. Das ist natürlich jetzt wieder fraglich. Zählen die da die Dateien? Oder zählen die da, äh, zählen die das irgendwie extra? Also hier, ähm, ist jetzt wirklich, ähm, im Grunde nur, ähm, alle Grafiken, die existieren, zusammengerechnet. Mehr als bei allen RPG Makern, die es davor gab. Weil sonst könnte ja durch die Charaktererstellung viel, äh, Masse draufgehen. Und ich denke mal, dass, darauf würden viele verzichten wollen. Weil was bringt es mir, wenn ich jetzt 50 Millionen verschiedene, ähm, Charakter erstellen kann, mit, ähm, wunderschönen Charaktergrafiken, wunderschönen Anführungszeichen mal. Ähm, wenn ich das gar nicht machen möchte. Und da ist natürlich die Frage dann, hm, habe ich dann auch tatsächlich auch wirklich viel mehr Tilesets zur Verfügung, als ich derzeit habe? Hm, wird sich zeigen. Also inwiefern das dann sich auf die Tilesets auswirkt, ob die dann wirklich viel umfangreicher sind als bei den anderen RPG Makern. Weil gerade der XP hat ja doch einiges zu bieten, was Tilesets anging. Und da bin ich sehr am Zweifeln, ob die das überbieten. Das wird wahrscheinlich durch die Charaktererstellung dann einfach, ähm, wettgemacht. Und die gab es beim XP ja einfach mal gar nicht. Also ich denke mal, die rechnen einfach alles zusammen. Und dementsprechend ist das eigentlich eine Nullnummer. Also die Aussage, ähm, umfangreichste Sammlung, braucht man nicht drüber reden. PR bla bla, würde ich jetzt so abstempeln. Müssen wir mal gucken. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Für mich ist das PR bla bla. Ähm, die Datenbankfunktion von RPG Maker MZ wurde vergrößert und erweitert. Super. Neue Funktion in der Datenbank. Ähm, was ich mir wünschen würde in der Datenbank wäre zum Beispiel, ich weiß, es klingt verrückt, aber eine Auswahl, welche Auflösung das Spiel hat. Es klingt sehr rebellisch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das wäre doch mal eine Option. Was auch cool wäre vom VN Maker, dort gibt es tatsächlich die Möglichkeit, sein Spiel im VN Maker, ähm, direkt in so einer Art Database zu übersetzen. Man kann quasi, so wie hier Helden aufgelistet sind, kann man da Sprachen auflisten. Also quasi wirklich immer mehr Sprachen hinzufügen, wie man es halt braucht und kann anschließend dann hier, ähm, die Texte dann übersetzen. Also das sind dann quasi wirklich die, die Texte in der Sprache, in der man sie hier dann hier in die Textboxen eingegeben hat. Ups, das war nicht richtig. Die man dann hier in die Textboxen eingegeben hat. Quasi bla 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 bla. Ähm, das steht dann da. Und das steht dann quasi da tatsächlich dann in der Database dann drinne. Bla 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 bla. Und dann kann man es übersetzen. Und das finde ich halt wirklich enorm praktisch beim VN Maker. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall als neuen Reiter in der Database. Ähm, also das wären meine beiden Sachen, die ich jetzt wirklich gerne hätte. Also das Übersetzen. Weil das würde es einfach wesentlich simpler machen für uns. Und, ähm, im VN Maker hatten sie es ja schon mal. Also, hm, kann man damit rechnen, dass es vielleicht wirklich kommt. Und halt wirklich die Auflösung, dass man da nicht irgendein Plugin braucht, sondern dass das wirklich der ABG Maker direkt Day One von Anfang an, ohne Plugin, ohne alles, ohne, äh, irgendwelche Probleme einfach kann. Hier bei System oder so wäre ja nicht das Problem, dass man da jetzt noch hier unten einfach noch die Auflösung mit einstellt. Oder sonst da wo. Oh, es kann doch von mir so ein neuer Reiter sein. Das interessiert mich relativ wenig. Versteht ihr? So. Also hier, Stadtbegriffe zum Beispiel. Genau. Ja, ungefähr so. Genau. Könnt ihr euch das Ganze dann vorstellen. Ähm, der Übersetz, äh, das Übersetzungs, äh, Fenster dann quasi. Wie gesagt, ähm, wenn ihr den VN Maker habt, werdet ihr wissen, was ich meine. Ansonsten, ich könnte den auch mal kurz starten und euch das zeigen. Aber ich kann das jetzt schlecht demonstrieren. Hm, hm, hm. Dauert kurz eine Sekunde. Weil ich hab jetzt, glaub ich, äh, b-b-b-b, b-b, b-b-b-b. Exempl. Starten wir mal Exempl, mal gucken. Dauert kurz eine Sekunde. Aber, ich denke mal, die Zeit haben wir. So, und dann haben wir, irgendwo haben wir es dann, ah, hier, genau. Und hier tatsächlich haben wir dann die Sprache, die kompletten, genau, hier haben wir es, die kompletten Texte etc. pp. Und das ist echt cool gemacht. Also das muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr gut. Und in etwa so stelle ich mir das dann auch beim neuen RPG Maker vor. So hätte ich es auf jeden Fall gerne. Dann hier wirklich links die Sprachprofile, einfach hier, ähm, einfach hier statt hier zum Beispiel die Waffen. Und rechts daneben dann einfach, ähm, die ganzen Sachen, die man halt, ähm, übersetzen möchte. Dann quasi wirklich hier Standard und hier schreibt man dann bei Übersetzung die Übersetzung rein. Und das ist halt wirklich enorm cool. Ähm, hier Standard New Game und dann bei Übersetzung halt im Deutschen dann beispielsweise bei englischem Standard und im Deutschen dann einfach, ähm, neues Spiel fertig. Boom, aus, fertig. Also das finde ich wirklich, das ist eine coole Sache. Würde ich mir wünschen, dass das kommt für den neuen RPG Maker. Wäre sicherlich nicht ultra schwer umzusetzen. Es sollte machbar sein, sagen wir es mal so. So, aber genug Blabla, kommen wir weiter. Das war die Datenbank, Testspielfunktion. Ähm, denke ich mal, wird sich nichts groß ändern an der Testspielfunktion. Einfach hier auf Play und wir starten. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, dass die vielleicht so eine Art Android-Emulator mit einbauen, aber, ähm, ich will nicht zu viel erwarten, okay. Ich will von denen jetzt nicht zu viel erwarten, ähm, dementsprechend. Also auf gut Deutsch irgendeine Möglichkeit, dass man auch gucken kann, wie sieht das Spiel jetzt tatsächlich auf dem Smartphone aus. Das wird jetzt hier auch so ein bisschen angedeutet. Du musst das Spiel also nicht jedes Mal auf einer anderen Plattform bereitstellen, um es zu testen. Also, wird ein bisschen angedeutet, aber kann auch wirklich nur ein bisschen schwammig formuliert sein. Kann auch vielleicht an der Übersetzung liegen. Würde ich jetzt mich nicht drauf verlassen, dass das auch so gemeint ist, wie das da jetzt vielleicht steht. Ähm, würde ich jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Ähm, der RPG Maker im Set, äh, oder im RPG Maker im Set, Entschuldigung, haben wir die Ereignisfunktion weiter aufgerüstet. Das ist natürlich wirklich eine coole Sache und vielleicht haben sie da, ähm, zum Beispiel, was halt cool wäre, neue, äh, schnelle Ereigniserstellungsoptionen. Vielleicht haben die da, ähm, noch eine gute Idee gehabt. Ähm, oder, ähm, Entschuldigung, oh, Entschuldigung. Neue Befehle, vielleicht noch eine vierte Reihe, ähm, einen vierten Reiter mit neuen Befehlen wäre nicht schlecht. Würde mir gefallen. Und was auch nicht schlecht wäre, vielleicht bestimmte Befehle nochmal überarbeiten. Zum Beispiel bedingte Verzweigung, jetzt nochmal ein paar, ähm, äh, Bedingungen mit einfügen. Etc. pp. Oder bei der Bildfunktion, ähm, vielleicht das Positionieren hier nicht so umständlich über Pixel zu machen, sondern einfach tatsächlich das Bild auf einer virtuellen Leinwand einfach platzieren und fertig, bumm, aus ist die Maus. Das würde dann wesentlich simpler funktionieren. Ähm, würde ich mich freuen, wenn hier wirklich einige Befehle nochmal überarbeitet werden. Sollte machbar sein, aber auch da erwarte ich jetzt nicht zu viel eigentlich. Gut, kommen wir weiter, ähm, mhm, 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 hatte ich das Ganze im Browser auf dem, ja, und nicht im Steam, aber ist egal. Ähm, Animationen, oh, das ist jetzt wirklich spannend. Im RPG Maker im Set haben wir die Animationsfunktionen richtig aufpoliert. So richtig aufpoliert. Natürlich auch nur PR, bla bla, ähm, die haben sie natürlich überarbeitet. Okay, gut, aber richtig aufpoliert? Hm, wir dürfen gespannt bleiben. Momentan sieht das Ganze, naja, genauso aus, wie ich es aus dem RPG Maker XP kenne. Ich weiß gar nicht mehr, wie es beim 2000er aussah. Ist zu lange her, dass ich den 2000er bedient habe. Ähm, aber da sah das, glaube ich, auch nicht groß anders aus. Ähm, da hat sich nie wirklich viel getan. Also beim XP sah das exakt gleich aus. Also, kein Unterschied. Also, vielleicht die Anordnung war ein bisschen anders, aber vom Großen und Ganzen ist da kein neuer Button, glaube ich. Also ich würde mich jetzt, ähm, würde mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, deswegen sage ich nochmal glaube ich, aber die Grundfunktionen, also die, eigentlich alle Funktionen, sind eigentlich identisch. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn sie das nochmal überarbeiten, weil das hat definitiv eine Überarbeitung nötig. Finde ich, ist eine gute Sache, dass sie das machen. Ähm, freut sicherlich auch viele, dass da vielleicht ein bisschen was gemacht wird. Gut. Oder was heißt vielleicht, es wurde was gemacht. Sie haben es ja wirklich da, ähm, stehen, dass es gemacht wurde. Das ist eine gute Sache. Plugins. Im RPG Maker im Set haben wir die Plugin-Funktion richtig aufgemotzt. Nicht richtig aufpoliert, sondern richtig aufgemotzt. Wow. Was für Worte. Ähm, natürlich auch wieder nur PR, bla bla. Aber, ähm, ich denke mal, ja, das aufzumotzen, sollte jetzt nicht das Problem sein. Da werden die definitiv ein bisschen was, ähm, dran geschraubt haben. Kann man gespannt bleiben. Ich denke mal, im Großen und Ganzen für Plugin-User wird das vielleicht jetzt keinen großen Unterschied machen. Aber vielleicht für die Leute, die die Plugins schreiben, zumindest hoffe ich das, dass es in die Richtung geht, dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung bekommen, weil es ist teilweise wirklich ein bisschen blöd gemacht. Blöd gelöst, sagen wir es mal so. Ähm, ja, schlicht und ergreifend blöd gelöst. Ähm, ich bin gespannt, wie sie das Ganze überarbeiten, das ganze System. Ich hoffe, dass es deutlich besser wird. Was ich jetzt schon mal sagen kann, und das ist, gibt euch vielleicht einen kleinen Dämpfer. Ich habe gehört, man soll die alten Plugins vom MV nicht nutzen können. Und ich weiß, viele von euch sind sehr abhängig von den Plugins. Und dementsprechend müsstet ihr dann vielleicht, ähm, neue Plugins suchen für den MZ. Und da alles so geschrieben wurde, was es für den MV gibt, da vergehen Jahre. Also, das ist ein herber Rückschlag für viele, denke ich mal, dass die vom MV nicht funktionieren, die Plugins. Aber sei es drum. Ist halt so. Hm, muss man mitleben. Gut. Ähm, Spielerlebnis. RPG Maker MZ macht es für Gamer viel einfacher, deine Spiele zu spielen. Hm. Könnte alles bedeuten. Keine Ahnung. Kann ich nichts mit anfangen. Vielleicht habt ihr Ideen, wie man das optimieren kann. Ich weiß es nicht, angeblich soll es ja scheinbar viel einfacher sein. Ich weiß nicht, wie man es viel einfacher machen kann, als beim MV. Hm. Ja. Sei es drum. So, kommen wir zu den Systemanforderungen. Und die haben es in sich. Also, wirklich in sich. Wir vergleichen mal mit dem MV. Da haben wir, pop, pop, pop. Hier, Intel Core 2 Duo, or better. Und hier haben wir, Intel Core i3. Und dann hier, 4340 or better. Und das ist schon eine Hausnummer. Also, holler die Waldfee. Also, für einen RPG Maker, finde ich, ist das schon ein ordentliches Stück. Also, holler die Waldfee. Und dann, 8 GB RAM. Ich dachte, ich lese nicht richtig. 8 GB RAM. Ich habe hier Software auf meinem Computer, die wesentlich komplizierter ist und keine 8 GB RAM braucht. Verdammte Axt. Wozu braucht dieser RPG Maker 8 GB RAM? Ähm. Der MV hat angeblich 4 GB RAM gebraucht. Und da muss man auch mal bedenken, ist das Betriebssystem etc. ja schon mit eingerechnet. Also. Hm. 8 GB finde ich ein bisschen hochgegriffen. Aber. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Aber. Das wird vielleicht viele Leute, die einen älteren Computer haben, ausschließen. Weil ich könnte mir echt vorstellen, dass manche tatsächlich keinen Prozessor haben, der diese Leistung bringt. Und auch keine 8 GB Arbeitsspeicher. Ja. Ich weiß. Alle, die sich dieses Video angucken, werden das wahrscheinlich haben. Und werden sich gerade denken. Leute. 8 GB RAM ist doch nichts Besonderes mehr. Ja. Ich habe auch mehr als 8 GB RAM. Ich habe 16. Und werde vielleicht auch irgendwann auf 32 aufrüsten. Aber. Und ich habe eine CPU, die. Die CPU hier um Längen schlägt. Das ist mir durchaus klar. Aber darum geht es nicht. Es geht ja nicht um mich. Es geht ja nicht um die Power User. Es geht ja um. Irgendwelche Leute, die einfach mal ein RPG machen wollen. Irgendwelche. Keine Ahnung. 14-Jährigen. Die. Den alten Rechner von. Ihren Eltern oder so. Im Zimmer stehen haben. Also. Ich weiß es einfach nicht. Ob das jetzt vielleicht. Nicht vielleicht doch ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Aber. Egal. verfügbarer Speicherplatz. 4 GB. 4 GB Speicherplatz. Im Vergleich zum MV. 1 GB Speicherplatz. Ich habe das jetzt nicht überprüft. Ob auf meiner Festplatte tatsächlich 1 GB verbraucht wird. Aber. 4 GB ist ja das Vierfache. Und. Das ist echt heftig. Heftig. Also das denke ich mal. Werden die ganzen Ressourcen sein. Und. Dann. Könnte es. Tatsächlich stimmen. Dass das der RPG Maker. Mit den meisten Ressourcen wird. 4 GB. Versus. 1 GB. Also das. Ist auch heftig. Wenn es denn stimmt. Ich. Muss ehrlich sagen. Ich habe beim MV auch nie überprüft. Ob das 1 GB sind. Ähm. Dementsprechend. Werde ich auch nicht überprüfen. Ob das dann 4 GB sind. Oder nur. 2 GB. Das werde ich nicht überprüfen. Aber. Wow. Also da bin ich wirklich. Boah. Also die Anforderungen. Sind. Deutlich gestiegen. Finde ich persönlich. Aber. Natürlich nichts. Wie gesagt. Was. Jemanden wie mich. Davon abhalten würde. Aber. Und wo gemerkt. Das sind die Anforderungen. Für den. Ähm. RPG Maker. Plus Test Game. Was gleichzeitig läuft. Vielleicht ist da auch. In den 8 GB RAM. Noch der Android Emulator. Mit drin. Etc. Falls denn. Sowas in der Richtung. Drinne ist. Also. Wie gesagt. Ähm. Ja. Hm. Schwierig. Ähm. Also. Das Spiel an sich. Wenn ihr das Spiel rausbringt. Das wird keine 8 GB RAM brauchen. Also. Das ist. Das wäre der. Das wäre der Wahnsinn. Das wäre ja Instant Kill. Das. Da braucht auch der RPG Maker MV. So ein Spiel braucht niemals 4 GB RAM. Das ist. Es geht dabei nur um den Maker. Also nicht jetzt irgendwie irritieren lassen. Gut. Das war es dann. Soweit von mir. Ein bisschen länger. Als das letzte Video. Was ohne Ton war. Ähm. Sogar deutlich länger. Ähm. Hm. Komisch. Ähm. Ja. Ich habe noch ein paar Sachen ergänzt. Ähm. Zum Beispiel habe ich den VN Maker extra aufgemacht. Und das mit der Sprache nochmal ein bisschen besser erläutert. Egal. Ich denke mal. So weit wird alles drin sein. Ihr könnt ja mal noch ein bisschen schreiben. Was ihr denkt. Über die Änderungen. Ähm. Nächste Woche kommen auf jeden Fall neue Infos. Und da werde ich auch nochmal ein Video zu machen. Was dann hoffentlich wieder ein bisschen kürzer wird. Ähm. Und dann weniger spekulativ. Natürlich hoffen wir einfach mal. Gut. Tschüssli. Das war es soweit von mir. Und ähm. Ich freue mich auf eure Meinung mal wieder. Und ich empfehle euch den nicht im Summer 2020 zu kaufen. Es sei denn. Ihr habt es wirklich bitter nötig. Ansonsten. Wenn ihr den MV besitzt beispielsweise. Und vielleicht auf dem MZ wechseln wollt. Oh. Entschuldigung. Aber unsicher seid. Wartet einfach auf den Herbst Sale. Es ist einfach so. Wartet auf den Herbst Sale. Das ist nur wenige Monate später. Oder halt auf den Weihnacht Sale oder so. Das ist wirklich nur ein halbes Jahr später. Und. Seien wir mal ganz ehrlich. Ob ihr ein halbes Jahr länger wartet oder nicht. Der wird auf jeden Fall im Angebot sein. Und der wird. Wahrscheinlich wenn er rauskommt. Ich weiß nicht. Hier steht es genau. Aber G-Mega MV. Ähm. 74 Euro. Der wird nicht weniger kosten. Als der G-Mega MV jetzt kostet. Also rechnet auch mit 75 Euro. Und. Dann wird wahrscheinlich der MV runtergesetzt im Preis. Sobald der MZ draußen ist. Und. Ich denke mal. Mit weniger Geld dürft ihr auf jeden Fall nicht rechnen. Und wenn er im Angebot ist. Ist der dann vielleicht wirklich schon. Weihnachten. Für nur noch 40 oder so im Angebot. Oder lass es 50 Euro sein oder so. Statt 80. Und das ist dann schon. Eine ordentliche Stange Geld. Die man da sparen kann. Also ich empfehle euch das nicht unbedingt gleich im Sommer zu kaufen. Es sei denn. Ihr wollt es unbedingt. Ich werde es machen. Aber ich werde dann auch Videos dazu machen. Dementsprechend ist das eine andere Geschichte. Und. Ich werde auf jeden Fall dann das Layer System erklären. Denke ich mal. Dann in den Tutorials. Ähm. Etc. PP. Da werde ich dann ein komplett neues Mapping Tutorial machen. Wenn es denn kommt. Mit den Layern. Da wird das vom MV einfach nicht gehen. Da kann ich dann nicht einfach beim MV einfach MZ hinschreiben. Und fertig. Ähm. Nein. Da muss ich dann tatsächlich ein neues Tutorial machen. Gut. Das war es soweit von mir. Tschüssli. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich habe wirklich deutlich mehr geredet. Aber ich habe wie gesagt noch ein bisschen was ergänzt. Und das ist eigentlich auch ziemlich cool. Gut. Das war es. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und. Wenn euch die Analyse. Oder meine Spekulation. Mehr oder weniger ein bisschen gefallen hat. Könnt ihr gut und gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn nicht, dann. Ja. Dann nicht. Ist auch nicht schlimm. Tschüssli.